In den letzten 140 Jahren haben wir uns ständig verändert. Und jetzt? Wir haben uns gefragt, was uns eigentlich ausmacht. Wir sind kompetent, praxisnah, vielfältig und innovativ. Wir multiplizieren Wissen, teilen unsere Leidenschaft für Forschung und stehen für ein gleichberechtigtes Miteinander. Und wir sind mehr als eine Hochschule für Technik und Wirtschaft. Wir sind ab jetzt die HKA, die Hochschule Karlsruhe. Das Wichtigste sind unsere Studierenden. Sie stehen im Mittelpunkt. Egal ob im Seminarraum, im Labor oder in der Werkstatt. Wir stehen für leidenschaftliche Lehre. Und genauso für innovative Forschung. Wir haben immer die aktuellen Trends im Blick. Denken praxisorientiert. Und handeln nachhaltig. Wir reagieren auf aktuelle Anforderungen. Deshalb trennen wir uns gelegentlich von Altem. Und schaffen Raum für Neues.